Äh, wo kann ich die Mastion nochmal? Oh, meine Kostümms Okay. Soll ich über nicht machen sollen. Aber was ist denn das? Verborgen. Okay. Wir müssen so ein bisschen langsam laufen, dass der CO2 da ein bisschen... ... 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 Aufne den Statusmenü. Du hast ein Leiden. Nimm entsprechende Heilmittel, um dich zu heilen. Achtung, gefährliche Witterung. Sofort Schutz suchen. Achtung, Atemschutz aufgebraucht. Achtung, Atemschutz. Das war. Ja, da ist unser Schiff schon. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir wieder... So, Hilfe. Da ist unser Schiff. Aber jetzt haben wir die Flögel. Was ist das? So, und da sind wir unserem Schiff wieder, mit einer abgelegten Einöle, sagen wir es mal So, dann sind wir wieder drin So, abheben Fluglaufbahn berechnet Von hier oben sieht es so friedlich aus Landeplatz erkundet Ressourcen zeigen, was haben wir denn so Mich zeigen, dann dazu festlegen So, wo müssen wir jetzt nochmal hin Wolf, können wir mal einen Sprung machen Mond von Tera Wolf System Okay, hier ist noch dieser große Ball vor Und Die Fracking Station Dann gehen wir mal da hin Fahrwerk bereit, runter mit uns Nein Können wir wieder abhüsten? Oh, Mensch Manchmal bin ich sowas voll lost, manchmal Ah Ah Bremsraketen aktiv Orbit stabil Was heißt denn hier Bremsraketen? Ups Jetzt gelandet Oh Gott Ich wollte eigentlich da nochmal rein So ist nett Ich hatte ja eigentlich nicht vor, jetzt da abzu So Ähm Wollte ich gerade sagen, weil ich muss ja erstmal meinen Hemi da ansetzen, oder? Nein, den haben wir schon mal vor Ich habe jetzt auch keine Sachen, die ich mir jetzt sozusagen erheben kann Ich hatte ja auch mal wieder So dann euer Philipp Deshalb den ich ich Sooo Soh 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 Ich hab nichts! Aber hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Hier werden noch die Leichen. Oh, es kann nicht schaden, noch mal 350 mal hier durchzukommen. Moin. Königin der Schatten, aha. Wow. Lautsprecher schreibt. Okay. Ein Kittel. Stallflasche. Immer geht er gerne. Ein Outfit. Sekrettenpacker. Oh, ein Helm. Wir haben einen Helm gekriegt. Okay, aber der ist nicht so gut. Hm. Okay. Ich hab da was. Verteidigungsformation. Bringt nichts. Wir müssen weiter. Okay, das waren doch nicht alle. Sicher ist da was praktisches für uns dabei. So waren wir doch noch nicht. Nichts. Ich hab ihn. Hier. Ich hab's erwischt. Das wird böse für dich enden. Offsküpf. Ha. Du bist lächerlich. Untertitelung des ZDF, 2020